Und wieder bricht ein neuer Tag an, auf der Burg des Fürsten Takeshi. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen sein Schloss zu stürmen. Sein Gegner, der General, hat wieder 127 Freiwillige gefunden, die mit ihm Takeshis Burg erobern wollen. Armer Takeshi. Die gestrige Siegesfeier war wohl doch etwas zu viel für ihn. Sein Leibarzt und Namensvetter Takeshi Hosokawa hat ihn zwar soweit ganz gut wiederhergestellt, aber einen dicken Kopf hat er immer noch. Der Doktor rät in Zukunft zur Mäßigkeit und der Fürst gelobt Besserung. Ishikura weist den Doktor darauf hin, dass auch andere Mitglieder des Teams seiner Hilfe bedürfen. Ja, auch Herr Tankobo steht heute etwas neben sich. Diese Symptome kommen dem Fürsten sehr bekannt vor. Doch Dr. Hosokawas Spezialmischung Lebertran mit Vanillesoße wird auch Herrn Tankobo wieder auf die Beine bringen. Ritter Chu ist wie immer der Fels in der Sakebrandung. Ein echter Samurai wie er trinkt grundsätzlich nur klares Quellwasser. Und auch Herr Ishikura, der fürstliche Ratgeber und Trainer der Abwehrmannschaft, ist erstaunlich munter. Seine ewig rote Nase lässt jedoch vermuten, dass er dergleichen einfach gewohnt ist. Und während Fürst Takeshi so nach und nach realisiert, dass er nicht mehr zu Hause in seinem Bett liegt, stimmt Chefcoach Ishikura seine Männer auf die kommenden Aufgaben ein. Auch der General, heute in schwarzer Uniform, ist ein Meister subtiler Motivationskunst. Sein Motto? Das erste Hindernis des heutigen Tages ist die Grenzmauer. Zweieinhalb Meter steil hinauf und dann über die Schräge hinunter. Auf den Wassergraben hat der Fürst heute gnädigerweise verzichtet. Oder hat er ihn nur vergessen? Übrigens, die schwarze Uniform des Generals hat, wie vieles in Japan, eine tiefe symbolische Bedeutung. Sie stimmt auf die drohende Niederlage ein und ist ein äußeres Zeichen tiefster Verzweiflung. Außerdem sieht man den Dreck nicht so. Im Team hat man die grössten Chancen, die Grenzmauer zu überwinden. Schließlich kommt es darauf an, möglichst viele Kandidaten in die nächste Etappe zu bringen. Den Teilnehmern steht für dieses Hindernis nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Wer es bis zum dritten Abpfiff nicht geschafft hat, ist draußen. Senil Leshi, Labamoto, der fürstliche Geschichtenerzähler und amtierende japanische Seniorenmeister im Outdoor-Memory, begrüßt die restlichen 111 Kandidaten bei der zweiten Etappe. 25 Bildkarten wurden auf der Spielfläche ausgelegt. Die Kandidaten, die in riesigen weißen Händen stecken, müssen aus dem Sing-Sang des Geschichtenerzählers möglichst schnell erkennen, welche Karte gemeint ist und dann ihre Hand darauf legen. Nur derjenige, der unmittelbar auf der richtigen Karte liegt, kommt weiter. Wer sich auf eine falsche Karte wirft, scheidet aus. Die Nummer 5 hat ein glückliches Händchen bewiesen. Jede Kandidatengruppe hat sieben Versuche. Wer dann noch keinen Punkt gemacht hat, darf für den Rest des Tages zuschauen. Hier kommt es vor allem auf ein gutes Gedächtnis und eine blitzschnelle Reaktion an. Die weißen Hände sind bis zur Fingerspitze 2,60 Meter hoch und wiegen etwa 30 Kilo. Die Hobbysportler können sich darin kaum bewegen, die Beine ausgenommen. Das ist natürlich nicht nur unsportlich, sondern auch verboten. Wer versucht, einen Mitkandidaten von der Karte zu schieben, wird sofort disqualifiziert. Die Karten werden vor jedem Durchgang gemischt und neu verteilt. Die mentale Leistungsfähigkeit der Kandidaten wird bis zur Höchstgrenze belastet. Eine neue Gruppe geht an den Start. Oh la la, eine schwierige Entscheidung für die Schiedsrichter. Souverän, die Nummer 6 kommt weiter. Diesmal hat es Zenileschi den Kandidaten richtig schwer gemacht. Das wäre die richtige Karte, doch die Nummer 9 gerät unglücklich in Rücklage. Nummer 8 kommt weiter. Wieder eine schwere Frage. Ah, die Nummer 5 reagiert am schnellsten. Und ein letztes Mal erhebt Zenileschi seine wohlklingende Stimme. Und die Nummer 2 hat es geschafft. Für 33 Kandidaten war hier die Endstation. Takeshi ist einigermaßen zufrieden. Er weiß zwar immer noch nicht, worum es in dem Spiel mit den riesigen Händen überhaupt geht, aber über 30 Kandidaten sind ausgeschieden und das ist ihm das Wichtigste. Berater Ishikura und Dr. Hosokawa versuchen noch einmal alles, um dem Fürsten das Spiel näher zu bringen, ihn von der subtilen Komik und dem naiven Charme zu überzeugen. Doch Takeshi weiß nur eines. Kein Kandidat ist nass oder wenigstens schmutzig geworden, also gefällt ihm dieses Spiel nicht. Herr Ishikura verspricht dem Fürsten, ihn beim nächsten Spiel reichlich zu entschädigen. Das gefürchtete Wabenlabyrinth hat noch nie versagt. Herr Tankobo leidet immer noch. Und auch Herr Okada hat gestern mitgefeiert. Das Wabenlabyrinth. Durch diese 12 sechseckigen Kammern müssen die Kandidaten ihren Weg finden. Nur eine der 30 Türen führt ins nächste Level. Wer hier bestehen will, braucht einen hervorragenden Orientierungssinn und darf nicht den Wächtern in die Hände fallen. Hervorragend motiviert, die Wächter werden sich freuen. Bekommen die Verteidiger einen Sportler zu fassen, wird sein Gesicht schwarz gefärbt und der Kandidat scheidet aus. Das ist aber ein bisschen sehr lässig, oder? So einfach geht das? Der Fürst ist entsetzt. Onchic und Masanori sind wahrlich furchteinflößende Gegner. Nass oder schwarz? Eine dritte Möglichkeit bleibt den Kandidaten kaum. Und noch eine hoffnungsvolle Kandidatin findet den Weg ins Wasser. Ischikura weiß, Herr Tankobo mag kein Wasser. Na also, ob das gilt? Dieser Kandidat ist wasserscheu. Und noch einmal hinein. Aha, hier war er schon einmal. Ein perfekter Fosbury-Flop. Und wieder müssen 15 hoffnungsvolle Hobbysportler das restliche Geschehen als Zuschauer verfolgen. Und Dr. Hosokawa ist rührend um des Fürsten Wohlbefinden besorgt. Auch der letzte Krümel des Katerfrühstücks muss der Verdauung zugeführt werden. Ischikura und der Doktor erkundigen sich noch einmal eingehend nach dem gestrigen Abend. Was um Himmels Willen hat Takeshi nur getrunken? Ah, ja, ein Fässchen hiervon, ein Eimerchen davon. Und zu essen gab's nur die Oliven im Martini. Kein Wunder, dass Takeshi heute Morgen diesen fürchterlichen Katzenjammer hatte. Aber selbst ein Kater bringt den Fürsten noch auf interessante Ideen. Bei diesem Spiel treten jeweils zehn Kandidaten gleichzeitig an. In ihren unförmigen Katzenkugeln stehen sie am Fuß eines kleinen Hügels. Oben auf dem Hügel steht der Katzenwärter des Fürsten. Nur wer es bis ganz oben zum Katzenwärter schafft, kommt weiter. Die Kandidaten dürfen sich nur bewegen, wenn der Wärter sein Sprüchlein aufsagt und sein Gesicht von ihnen abwendet. Dreht er sich zu ihnen um, darf sich nichts und niemand bewegen. Gar nicht so leicht in der schweren, unförmigen Katzenkugel das Gleichgewicht zu bewahren. Zu allem Überfluss ist der Boden mit tiefen, federnden Schaumstoffmatten ausgelegt. Ja, die Nummer fünf hat's geschafft. Auch die Nummern sieben, sechs und neun kommen weiter. Für die Nummer zehn hingegen ist das Rennen gelaufen. Denn auch der letzte jeder Gruppe scheidet aus. Die nächsten zehn stehen am Start bereit. Die Kugeln müssen da liegen bleiben, wo sie hingefallen sind. Sie dürfen nicht aus dem Weg geräumt werden. Wer so verpackt umfällt, hat kaum eine Chance, alleine wieder auf die Füße zu kommen. Der ber 내려ite den Berkampfft. Der berkampfft. Das ist ein cooles Thema für du siehst. Der Berkampfft. Der Berkampfft für den Berkampfft die zwei und sieлиzen. Der Berkampfft sich durch die Doku Zent Enough gelquarters und sie wirklichsein werdet. Die letzten fünf Kandidaten sind nicht zu Fall zu bringen. Und der letzte muss, wie immer, wieder hinunter. Ein bisschen auflockernde Gymnastik am Nachmittag, das bringt den Sauerstoff zurück ins Gehirn und entspannt die Nackenmuskulatur. Beides hat Takeshi bitter nötig. Noch immer macht er einen eher bedauernswerten Eindruck. Doch das nächste Spiel war noch immer geeignet, die fürstliche Laune nachhaltig zu verbessern. Zumal der einzige Kämpfer des Fürsten, der heute in Normalform antritt, jetzt zu seinem ersten Einsatz kommt. Diese Einsatzfreude, diese Begeisterung, unseren Hobbysportlern das Leben schwer zu machen, das fürstliche Trio Infernal ist begeistert. Und es ist nicht nur Ritter Chu, der auf die verbliebenen 44 Kandidaten wartet. Mit Volldampf hinein ins Vergnügen. Vier Mauern stehen hintereinander im Abstand von jeweils zehn Metern. In jeder Mauer befinden sich vier Tore. Diese bestehen entweder aus Papier oder aus einer massiven Holzplatte. Hinter der zweiten Mauer lauert Ritter Chu. Man muss viermal Glück haben. Ja, ja, das macht Freude. Das gefällt immer wieder. Die Wahl des Tores sollte wohl überlegt sein. Die Fischerin vom Bodensee, Dr. Hosokawas Lieblingslied. Mit dem Schwung wäre sie sogar an einer Papiertüre gescheitert. Ja, das sieht schon besser aus. Naja, immer Kopf voraus, wenn das mal gut geht. Und ein letztes Mal, Tatsache geschafft! Neun Kandidaten sind ausgeschieden. Für die anderen geht das Abenteuer weiter. Ja, die Mittelchen des Doktors fangen langsam an zu wirken. Takeshi kommt immer besser in Form. Ein höflicher Zwischenapplaus für unsere Hobbysportler. Und schon brütet die fürstliche Denkfabrik neue Herausforderungen für die Kandidaten aus. Die verjüngenden Säfte des Doktors haben Takeshi zurück in seine Jugendzeit versetzt. Jene glücklichen Tage, als er zusammen mit den anderen reichen Schnöseln die Zeit mit Dominospielen verbrachte, während Ishikura für ihn die Hausaufgaben aß. Äh, Moment, für ihn an den Hausaufgaben saß. Takeshi versteht es meisterhaft, auch aus den sentimentalsten Erinnerungen eine fröhliche Prüfung zu gestalten. Zumindest ihn macht sie fröhlich. 15 goldene Blöcke bilden den wackeligen Pfad, der in die nächste Etappe führt. Etwas leichtfüßiger sollte man aber schon sein. Ach, nur noch ein Schritt. Radgeber Ishikura fürchtet er schon das Schlimmste. Tritt sicher wie eine Bergziege. Nur so kommt man ans Ziel. Und wieder müssen wir uns von neun hervorragenden Hobbysportlern verabschieden. Ishikura ist schon wieder in Gewinnerlaune. Gemeinsam mit Dr. Hosokawa sucht er den Ort für die heutige Siegesfeier aus. Der Fürst schlägt Mimis Milchbar vor und die erste Runde geht auf ihn. Alkohol? Nie wieder. Für ihn nur noch Bananenmilch. Geschüttelt, nicht gerührt. Geschüttelt, nicht gerührt werden auch unsere Hobbysportler im nächsten Spiel. Jeweils fünf Kandidaten nehmen kniend auf einem Kissenstapel Platz. Und die fürstliche Dampfmaschine tritt in Aktion. Das ganze Zimmer wird hin und her gerüttelt. Ziel ist es, auf den Kissen sitzen zu bleiben, bis das Beben vorüber ist. Wer herunterfällt, hat verloren und ist ausgeschieden. Wie bitte? Nur einer? Da muss also stärker geschüttelt werden. Und die nächsten fünf nehmen Platz. Zwei kommen weiter. Immer schön im Rhythmus bleiben. Und drei weitere Hobbysportler sind in der nächsten Etappe. Ein Spiel, das äußerste Konzentration erfordert. Diese zwei haben sie. Dr. Hosukawa ist begeistert. So eine Rumpelkammer hätte er auch gerne. Für alle Patienten, die an einer laxen Zahlungsmoral leiden, sicher die beste Medizin. Ishikura kann das bestätigen. Schließlich hat der Fürst ihn dort auch schon einquartiert. Damals, als er Grund hatte, mit dem Diensteifer des Ratgebers unzufrieden zu sein. Doch nach kaum drei Wochen in der Rumpelkammer war Ishikura von aller Renitenz geheilt und ist seitdem der treue und zuverlässige Diener, als den wir ihn alle kennen. Das nächste Spiel war ebenfalls eine Ishikura-Idee und die letzten 17 Kandidaten werden ihre Freude daran haben. Auch heute wieder kommandiert Michio-Yo die fürstliche Abwehr und als Kommandeur der Steinewerfer im Felsenkanal ist er ganz in seinem Element. Er verspricht allen Kandidaten eine fröhliche Steinzeit. Der Felsenkanal, eine schmale, steile Rinne, die die Kandidaten empor klettern müssen. Drei Schlupflöcher an den Seiten bieten Schutz vor den heranrollenden Felsblöcken. Doch die Verteidiger machen den Aufenthalt darin so unangenehm wie möglich. Wer festgeklemmt oder von den Felsen überrollt wird, scheidet aus. Und der nächste Kandidat ein schneller Mann, schnell wie der Blitz. Ja, er hat's geschafft und mit Recht. Na ja, ob das eine gute Idee ist, eher nicht. Natürlich sind die Felsbrocken nicht aus echtem Stein. Sie bestehen aus einem besonders leichten Hartschaum, der den Spielern nicht wehtun kann. Trotzdem ist es ein eigenartiges Gefühl, wenn die zwei Meter hohen Riesenkugeln angerollt kommen. Auf dem tiefen mit Schaumstoffmatten ausgelegtem Untergrund fällt das Laufen doppelt schwer. Auf dem tiefen Müller ist nicht frei. Anfechtes timing. Ja, etwas Glück gehört natürlich auch dazu. Herzlichen Glückwunsch! Nur sechs Herausforderer sind im Felsenkanal hängen geblieben. Unsere drei amüsieren sich prächtig, obwohl Takeshi eigentlich allen Grund zur Sorge hätte. Noch elf Kandidaten, eine Prüfung und dann ein Fürst mit dickem Kopf im Endspiel, aber Takeshi vertraut. Auf, Tatsu Tokashiki! Und Makoto Dayenjic, seinen bewährten Helfern, die schon so oft für ihn die Kastanien aus dem Feuer geholt haben. Heute scheinen sie allerdings eher Feuerwasser geholt zu haben. Ihre Sprache lässt in Klarheit und Diktion doch sehr zu wünschen übrig. Aber frisch gelallt ist halb gewonnen. Furchtlos schwanken die beiden in ihre Löcher. Gleich werden wir wissen, wer die Burg erreicht. Unsere Kandidaten müssen sich für einen der fünf Zugänge zum Vorplatz der Burg entscheiden. Ritachou versucht noch ein letztes Mal, die Kandidaten zu verwirren. Nummer eins im Endspiel. Und auch der zweite Kandidat ist weiter. Wie, kein Feuerwasser dabei? Da wird aber Tokashiki sauer. Ja, dieser hier ist am Ziel. Jetzt wollen wir mal mitzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun Und zehn Der General ist hochzufrieden. Mit zehn Angreifern hat er endlich eine reelle Chance, den Fürsten zu besiegen. Seid ihr bereit? Ja, dann lass uns die Kandidaten zu machen. Ja! 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 Ja, was ist denn? Erste Zweifel am Sieg unterdrückt Ishikura in seiner bekannt einfühlsamen Weise. Takeshi, der sich sichtlich immer noch unwohl fühlt, folgt dem Beispiel seines Ratgebers. Ishikura hat sichtliche Mühe, dem verwirrten Fürsten den Sinn des Spieles und den Unterschied zwischen der eigenen und der gegnerischen Mannschaft klarzumachen. Dieser Schatten, eine Skizze eines Takeshi soll in der Lage sein, sein Schloss zu verteidigen? Na, wenigstens er ist zuversichtlich. Ishikura hat heute mit dem Fürsten die Rollen getauscht. In diesem Zustand darf Takeshi natürlich nicht ansteuern. Der Radkleber erklärt's nochmal. Ich fahr'n, du schießen und los geht's! Zerstört ein Wasserstrahl die Papierscheibe am Wagen des Gegners, so gilt dieser als besiegt. Wird der Wagen des Fürsten getroffen, ist die Burg gefallen. Sollten es allerdings Takeshi und seine Mannen schaffen, alle Gegner auszuschalten, so ist der Angriff abgewährt. Und da ist es tatsächlich passiert, auch wenn es der Fürst nicht wahrhaben will, er ist geschlagen. Ein Feuerwerk für die Herausforderer. Der General hat es wirklich geschafft, endlich ist es ihm gelungen, Takeshis Burg zu erstürmen. Ishikura fordert etwas mehr Respekt vor dem Fürsten. Feierlich überreicht Takeshi die Siegesurkunden. Das war der entscheidende Moment und auch wenn der Fürst heute nicht ganz auf der Höhe war, schmälert das keineswegs die Leistung der Herausforderer. Der General weiß genau, wem er diesen Erfolg zu verdanken hat und Takeshi ist untröstlich. Aber eines ist sicher, heute wird der Fürst nicht wieder bis in die Morgenstunden feiern, nein, heute wird er seinen Kummer ertränken. Der wortgewandte Ishikura hingegen hat das Ergebnis schon verdaut. Schließlich sei man ja zweiter Sieger geworden und der General mit seinen Leuten Vorletzter. Und schon morgen werden sie in neuer Frische bereitstehen, um die Festung zu verbessern, die Verteidigung zu stärken und den General zu blamieren. Ein packendes Endspiel und eine herrliche Siegesfeier für den General. Für Takeshi und Ishikura bleibt nur noch ein halbwegs würdevoller Abgang. Bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi.